Kennen Sie eigentlich schon BIM-Katalogs.net? Wir zeigen Ihnen, welche Vorteile und Funktionen für BIM-Hersteller-Kataloge hier auf Sie warten. Das ist Hersteller. Sein Unternehmen stellt Bauelemente für die Sanitärbranche her. Hersteller träumt davon, seine Toiletten weltweit zu vertreiben. Im Internet sucht er nach einer Lösung, um seine Toiletten zu vermarkten. Dabei stößt er auf BIM-Katalogs.net. Schnell lädt er auch seine Komponenten digital auf die Bauelemente-Plattform für Architekten. Das ist Daisy Einer. Sie ist Architektin und benötigt Bauelemente, um ihre Vision zu realisieren. Sie hat schon viel Gutes über BIM-Katalogs.net gehört und öffnet das Portal in ihrem Browser. Sie entdeckt einzigartige Suchmethoden wie die 2D-Skizzen-Funktion und findet so ganz schnell das richtige Teil. Da sich die Bauelemente sogar nach Farbe, Form und Größe konfigurieren lassen, kann sie ihr Projekt, eine moderne Kinderklinik, Step-by-Step innerhalb weniger Stunden fertigstellen. Für den letzten Schliff auf der Baustelle gibt's auch noch eine mobile App. Damit lassen sich sogar Bauelemente virtuell mit der Realität überlagern. Immer wieder findet sie auf BIM-Katalogs.net passende Bauelemente und neue Anregungen. Ihr Projekt ist so in Rekordzeit fertiggestellt. Herr Stellers Traum ist wahr geworden. Seine Toiletten verkaufen sich jetzt weltweit. Er fühlt sich wie Dagobert Duck und schwimmt im Geld. Daisy Einer hat ihre Kinderklinik in Rekordzeit gebaut. Stupide Tätigkeiten wie das Modellieren von Bauelementen hat sie sich komplett gespart. So bleibt mehr Zeit für Kreatives. Und einen Sonderpreis für die beste Kinderklinik gab's obendrein. Sie wollen auch wie Hersteller Ihre Bauelemente vermarkten? Nutzen Sie einfach unser kostenfreies Schnupperangebot und laden Sie Ihre bestehenden BIM-Libraries und Objekte hoch. Sie haben noch keine BIM-Modelle in 3D? Gerne erstellen wir diese mit Ihnen zusammen. Sie haben noch keine BIM-Libraries.